Angefangen hat alles 2012, da war ich 13 und habe bei einem Preisausschreiben ein Jahr Mitgliedschaft in der St. Sebastian aus Zweifel gewonnen. Also habe ich angefangen regelmäßig zu schießen. Im ersten Jahr bin ich Schülerprinzessin in meinem Verein geworden und Bezirksschülerprinzessin des Bezirks Stolberg und 2016 sogar Bundesprinzessin. Jetzt bin ich 20 und schieße seit einem Jahr als Sportschütze. Dieses Jahr durfte ich für Aachen bei den Bundesmeisterschaften starten und unsere Mannschaft wurde sogar Dritte. Am Ende dieses Jahres blicke ich auf vier Meisterschaften zurück, eine Steigerung von fast 30 Ringen, mein erstes eigenes, wenn auch gesponsertes Gewehr. Mannschaftsbeste, viele nette Leute und persönliche Rekorde. Mein Ziel, die Deutsche Meisterschaft auf der Olympia Schießanlage in München.